So, hallo und herzlich willkommen zum Zugfahren mit Nid. Oh, ich ahne was. Können wir den. Jetzt steigt doch der ein. Super. Er geht nicht vorwärts und dann drückt man auf die Sprungtaste und dann springt er. Habt ihr gesehen? Naja, egal. Achso, ich muss ja jetzt wieder hier so tun. Ah! Super. Das war geil. Na klar. Schnelle. So, aber jetzt. So, und jetzt so, und Leiter. Leiter! Mann! Ich muss X drücken, damit er die Leiter nimmt und was macht Nid? Er hübt drüber. Was ist das für ein Verhorn? Oh, da ist irgendwas Unangenehmes drin jetzt bestimmt. Ja, aber klar. Ach, nein! Aha. Ich muss hier runter. Verdammt. Ja, nein! Wir müssen die Positionen. Das geht. Ich hab schon genug, Lager. Alle. Ich hab die M4 gesehen Achso, ich hätte weggehen müssen Ich muss hier runter Ja In Deckung Deckung Was ist das? Also Ah Mann Mann, nun spring doch da hin Nee, geh, ah Die Hochkletter-Animation Scheiße Ey, das ist ja ein Quatsch hier Ah, dann machen wir das wieder so Meine Schuhe Ich seh meine Figur nicht Es ist traurig Schnelle Ah, da ist noch eine Hanno, erhol dich nicht Scheiße, schon wieder alle Lauf, 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 lauf Ein Schuss Geil Ich muss hier raus Was hab ich denn jetzt eigentlich Gut Ist der jetzt weg? Nee Gott sei Dank Mann, ich will die Waffe Tunnelblick Oh Hallo Spiel Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Er ging aber nicht mehr zur Seite Ah Ja Ich hab's Ich habe ihr Ich bin Was ist das? Das dauert ewig, bis man wieder schießen kann. Wo ist meine... Ach, ich krieg da ja was Neues. Oh, scheiße. Ja, ich hab keine Chance. Woher soll ich das wissen, dass da zwei Mann hochkommen? Woher soll ich das wissen? Diese Trail and Errorsachen, das weiß ich nicht. Ist immer nicht mein Fall. Noch nie gewesen. Nun klettert er doch hoch. Er klettert nicht hoch. Er hätte jetzt noch gefehlt. So, der hat gesessen. Gibt's Muni? Ich nehm lieber die M4. Ich nehm lieber die M4, hab ich gesagt. Jetzt. Nochmal ablaufen. Gut. Nachgeladen ist. Da muss er wieder noch hin. Ah, ich hab's wieder vermasselt. Ich würde gern, ich hätte gern, dass man das abbrechen kann. Was nu? Hä? Halt Alles klar Alles klar Wir müssen außen lang Geht das irgendwie? Ne, natürlich nicht Aber hier Aha Huch Da Auf ihn Vorwärts Ausschalten Jetzt geht's los Rein hier Oh Ich sollte doch jetzt nicht da oben auf dem Waggon hocken bleiben Oder was Das macht ja nun wirklich keinen Sinn So als Frischfurtfleisch Äh Eh Mann! Nein, 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 nein! Wo ist meine M4? Da. Ah, ich muss die AK nehmen. Für die AK warten. Äh, Munition. Ich krieg für die AK Waffen. Was ist das für eine Bahnstrecke hier? Für deine Angst und Wange. Na, du dich fest! Ah, du bist sehr bledig. Nein, du sollst hier hinter stehen bleiben. Nee, nicht so. Hast du nachgeladen? Okay. Ah. Nein! Ach, ich brauche Munition! Irgendeine Waffe, die geladen ist hier, das ist ja schlimm! Ach, Mann! Jetzt! Oh, klasse! Das war ja... Hä, was ist denn jetzt los? Hä? Was war das? Schrotpistole, die nehmen wir mal. Nachgeladen ist. Das ist ein Zug, dem kein Ende! Genau. Ausschalten! Nein, echt einer von denen! Hey! Okay, das schaffe ich nicht. Was hier noch was Schönes? No. So, erstmal ein bisschen her. Ich muss warten, bis er nachliegt. Aha. Ha? Ist der Marsch? Schieb den Heli! Scheiße. Gehst du schon wieder? Passi, helicopter! Ah, ah, ah! Entschuldigung, dass ich so ruhig bin! Ah! Hehehe, lass die Glocke! Die Raketen abgeschossen! Halt mal eine Sekunde, Schick! Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Eine kam drüben! Ich glaub, jetzt erfahren wir die Unglücksursache für das Super-Unglück! So, jetzt geht's abwärts, Männer! Jetzt habt's! So, dann geht's auf die Nerf! Ja, und wie! Hier! Der hat keine Munition mehr! Ich hab' aber doch sowas! Ich hab' aber doch sowas! Ach, Scheiße hier! Schneiße vor allen Dingen! Ah, ich hab' die noch! Aha, ich hab' die noch! Ich hab' die noch! Schon wieder hängen geblieben? Ich hab'- wer hat was gesagt jetzt hier eben? Warst du das nicht? Oh, Mann! Ah, ah, Mann! Nicht! Nicht! Du solltest doch nur hier hinterbleiben! Ah, Scheiße! Ich hätte in Deckung bleiben können, aber ich hatte Angst, der kommt dichter! Jetzt klappt's besser! Oh! Oh! Ach, Mann! Mann! Die Kamera dreht weg! Ich weiß gar nicht, wo ich hinsteuere hier! Was macht der jetzt? Ach, spring doch nicht daneben! Meine Fresse! Ich wollte vorne am Eingang stehen bleiben! Hier wollte ich hin! Und dann wollte ich mich hier hin! So, hier wollte ich mich hinstellen! Ich kann mich nicht bewegen hier! Er hängt in der Ecke fest! Es ist zum verrückt werden! Er bleibt unten in der Ecke hocken und dann war's das! Ja, noch besser! Ich hab' eine einzige Handgranate! Die Wache da unten bräuchte ich! Die Wache da unten bräuchte ich! Bleib doch unten! Herrgott nochmal! Wo gehst du hin? Hergott! Anstatt an dem dran zu bleiben! Rennt er weg und krabbelt sich die Muni! Bleib in Deckung! Runde! Ach, das macht keinen Spaß! Vor allen Dingen, ich drück auf die Kreistaste und das ist ja die zum in Deckung gehen und was macht nicht! Und dieser Blödsinn hier erstmal! Ich kann auch gar nicht springen! Keine Ahnung! So, ich hab' jetzt auch die Nase voll! Ich mach' das in der nächsten Folge in dieser nicht mehr! Ich danke fürs Zuschauen und tschüss!